hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft zone zusammen mit dem debitor guten tag und er ist gerade da hinten in der base am craften aber wir haben heute was vorhörmer was richtig krasses glaube ich jedenfalls aber vielleicht doch nicht macht's gut plan für heute ich will den extreme furnace bauen dann haben wir jetzt alles immer den erster den 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 die wurde getötet wer das nicht gesehen hat in der ersten folge war und peter wir haben die uhr da challenge gemacht in einer folge sechs schädel farm würde töten und angel rings bauen und ob wir das geschafft haben da müsste aber raten fliege die ganze zeit rum aber müssen mal gucken vielleicht habe ich ja keine und nur der akku ein genau dann darf ich das ist kann ich sagen ihr könnt ja mal raten wie viele netter stars für aus zwei widern bekommen habt auch das war krass könnt ihr mal in den kommentaren raten und wenn ich raten warte ich gebe tipp ja mehr als zwei und wenn ich raten will der muss einfach mal beim peter gucken dann könnt ihr das da sehen wo krass tixi und mein kanal falsche maschine doch nee jetzt bin ich falsch gelaufen kommt jetzt bohr voll die fremdwerbung für debitor genau warte mal wie bei meinem wald video bohr voll die schleichwerbung ne voll die produktplatzierung voll geheime und frage gar keine für was denn oh wo der das schießen hat das ja genau wo ich dann die parodrone gezeigt hatte und irgendwas anderes noch gezeigt hatte also man kann auch als youtuber sachen zeigen ohne dafür geld zu bekommen also machen zwar manche nicht ja aber das ist eigentlich doof also viele zuschauer orientieren sich ja daran was youtuber haben ja genau deswegen kommt runner placement auch so gut an aber oder dass das gut ankommt für youtuber ist es gut weil weil die die menschen die nacheifern kann man das so sagen ja ich glaube schon weißt du noch nicht was du sagen willst aber ich sag mal ja das ist gut warte mal bohr wie geil das ist mit dem angel ring wir werden damit so produktiv werden ja endlich mal das ist ja darauf haben wir gewartet bald toll bald voll bald voll bald voll warte mal was für den guel wir brauchen charged normales zettus und gelorium alles andere können weg ja 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 achso von dem zeug was da rauskommt was kommt da generell raus kommen da coole Sachen raus ne also viel kacke also jetzt nicht richtige kacke aber boah bin ich dumm ne nee fliegt nach oben und hol ein kabel okay doch dafür brauche ich doch drei ich habe jetzt auch mal mehr mitgenommen ähm äh 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 jetzt haben wir es nein war das doof oh nein es war gar nicht doof also schon aber alles klar haben wir ne range ja bestimmt warte mal eigentlich wollte ich dem peter helfen ich baue das noch ganz kurz zu ende und dann helfe ich dem peter kann sein dass wir gerade kurz keine sachen wenn wir das hinhaben okay guck mal rein kann sein insert blacklist das hier warte ich gucke gleich warum was das gemacht wenn er jetzt geht wir doch alles gut okay dann brauchen wir eine chest chest wir brauchen chests was geht alter warte mal sollen wir da nicht long range viadukte noch hier hin bauen warte äh glaube ja das ist gut ja sag einfach mal ja ja wir haben uns auf jeden fall was anderes überlegt denn wir wollen doch nicht das hier als space benutzen sondern was anderes was irgendwie cooler wirkt auf die insel kann man bestimmt noch was machen so ein mahnmal oder so aber ja warte mal boah all is active insert kommt hier so viel wasser hin funktioniert nice ok jetzt haben wir auch mal zettel squads das ist sehr sehr gut ja brauchen wir dringend für das me system ja oh eine sticke hallo hallo hat so eine brennsch wäre ich geil gewesen wäre ich schon fällig da wird ne ja ich hab eine hier warte ich bin ich mal ach nein ich darf ja nicht fliegen ne wir haben gesagt trotzdem auch wenn wir angerings haben benutzen wir weiterhin die viadukte kommst grad hier angefahren ja achso ok dann bleib ich mal aber du kannst das viadukte auch gar nicht mehr benutzen warum warum weil es leider kaputt gegangen ist helfe baust du das ab darum ok achso du tauschst das bestimmt aus ne ja genau aber warte mal ich hab keine scheinen doch hab ich wohl hier ist ein ranch guck da der ist zu spät hau ab du wirst einfach weinmeiner benutzen können für für ein viadukt ja klar weinmeiner geht schon überall um guck mal bei mir wenn ich umdrehe warte dreh dich nur um ja ne als er am terminal stand sah so gut aus achso warte warte jetzt drehe ich um ja dann so boah weinmeiner abu dann so wieder rein weißt du lass mich machen ehrlich das geht krass ist das der maus wir haben gar keine ich mach jetzt noch mehr speed upgrades weil eigentlich wollten wir das komplett anderes machen das wollten wir ja nicht nochmal machen wir wollen eigentlich die neue zone ebenen und da hin bauen so ne und da bin ich auch gerade dran du so ne ich suche nur grad den anfang von dieser von dem ding hier alter ah guck mal ui 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 Warte mal, brauche ich über Linking-Looks? Die Leute haben übrigens alle geschrieben, du sollst weniger schlafen und dann immer aufnehmen. Die Folge war voll lustig. Ach so. Echt? Bei der Folge, in der du dann so Oh, voll geil. Ja, stimmt. Boah, letztes Mal, ne? Selber, da war ein. Guck mal, ich habe ja drei Monitore, ne? Ja. Und ich habe meine ganzen Symbole auf dem linken Monitor, ne? Ja. Und was ist denn, wenn du den Monitor mal, wenn der kaputt geht? Wo sind dann die Symbole? Ich hatte voll Angst, dass die weg sind. Er wird so, Georg, meine ganzen Symbole sind weg. Die sind nicht mal auf dem Monitor. Ich muss mir das überlegen. Ob es so Leute gibt, die so da dran glauben, so. Ja, natürlich. Es ist doch wie so diese Ich habe das Internet gelöscht. Nein. Abo, ich dachte, alles ist weg. Oh nein. Das war du. Okay, kann ich dir jetzt bei was helfen? Jetzt bin ich nämlich unproduktiv. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Funktioniert hat jetzt hier überhaupt der Scheiß? Kann ich ein Linking Viaduct in der Kreuzung reinbauen? Ja. Habe ich. Hallo. Hi. Hi. Ist das hier ein Linking? Andi, das ist ein Long Range. Das ist... Jetzt ist Blattmundes Reising. Oh, nee. Warte mal, du könntest von der anderen Seite die Long Range Dinger bauen. Oh, nee, das war ein Linking Viaduct. Mandelum. Oh. Obwohl, ich glaube, wir haben noch einige Dinge im System. Ich habe einfach mal alles laufen lassen. Wir haben voll wieder gebaut. Oder Peter. Und alles aufgebaut. Du weißt gar nicht, wie das geht. Das war meine Maschine. Ich bin der Produktivste. Endlich mal. Ja. Was? Das verstehe ich. Nichts, nichts, nichts. Und der Bonn? Denk dran. Minecraft hast du nur von mir gelernt. Er war mein Meister. In deinem Bewerbungsvideo hast du nur schnell Kisten notiert. Nee. Ich habe auch mein geiles Haus gezeigt. Und dass ich Sticks auf den Boden werfen kann. Und... Ach, krass. Dass ich Tränke bauen kann. Wir brauchen noch ein paar Long Range. Erlähst du? Tränke bauen. Braun. Setzen sechs. Ach so, braun. Okay. Das ist so ein bisschen untergegangen. Ach, ich habe noch Long Range Range. Uh. Aber ich bin mal gespannt, wie der Peter sich mit dem anderen Mikro anhört. Ach so. Dann kommt das schon auch so. Hallo. Nein. Ich wollte mich letztes Mal im Wald setzen. Mit meinem Hund. Warte mal. Hast du den mit Absicht vergessen? Fehlen da welche? Ja, sehr viele. Oh, da war ich ein bisschen schnell, glaube ich. Das ist so behindert. Die sind alle gleich aus. Oh, nee. Hallo. Ich habe ihn jetzt hier hingesetzt. Jetzt ist ja Linking dran, wo er mich verarschen hat. Was macht der denn? Jetzt sind wir so. Viaduct normales Linking. Normal. Viaduct. 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 Long, 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 long. Immer so das normale. Hast du Erde mit? Ja, bestimmt. Warte. Kannst du mal hier das Loch stoppen? Dört. Ja. Also ich hatte es eigentlich gar nicht mit. Ich habe er hier geholt. Aber. Nice. Trotzdem. Der Einsatz zahlt sich aus. Einsatz ist hier. Nee. Einsatz am Rohr. Das hört sich an wie so ein Pornofilm. Eigentlich schon, ne? Einsatz am Rohr. Oder für die Werbung für eine Schönheitsklinik. Stimmt. Einsatz an der Spalte und Einsatz am Rohr. Verlängerung aus. Rohr. Rohr. Zack. Ich bin sehr gespannt, wie das neue Mikro ist. Vielleicht soll ich dann den Bass komplett hochdrehen. Bass. Bass. Wir brauchen Bass. Da bin ich gespannt, ob das geht. Das geht gar nicht. Iota. Was denn? Dass du da gebaut hast? Man kann es nicht um die Ecke setzen. Wie um die Ecke? Weißt du, was ich meine? Nee. Weißt du, wo du bist? Blis, blis, blis. Jetzt kann ich dir ja voll... So, wie baue ich das denn jetzt? Also du kannst keine Long Range Viadukte an der Kreuzung setzen. Also so, dass du in zwei Richtungen Long Range abgehst. Achso, das kann sein, ja. Weil die Long Range, die müssen sich, glaube ich, immer connecten. Weil die suchen immer einen Partner auf der anderen Seite. Eben. Aber wie mache ich das? Oh, jetzt bin ich voll... Oh. Ich werde nochmal da in Long Range hin. Lass dann hier ein normales Langlaufen. Ich mache gar nichts. Ja, komm rüber. Wir brauchen Long Range Viadukte. Oh, du kannst auch den Pillar setzen. Was machen die in die Küpa? Die laufen voll aufgerät rum. Ich auch, aber... E-hop, E-hops. E-hop. E-hop. Das ist ein amerikanisches Restaurant. Ja, stimmt. E-hop. Da war ich mit einem Rebi drin. Da waren wir super dumm. Der hot. Warum? Wir waren so dumm und hatten so viel Durst. Dann haben wir gesagt, boah, ey, bring uns zwei Cola. Und in Amerika kriegst du ja sowieso immer nachgeschenkt, bis dein Essen da ist. Ja. Und dann hat er dir keine Hunger mehr. Zwei Cola. Ne, total dumm, dass du... Also du bestellst dir keine Zwei Cola, weil du ja sowieso immer automatisch ein neues Glas bekommst. Ah. Wir haben 420, 0 Kopper. 24, 0 Kopper? 420? Oh. Warte, wie... Wie helf ich dir denn jetzt? Guck mal, ob du zu meinem E-System fahren kannst. Damit kannst du schon mal helfen. Endlich. Ich laufe die ganze Zeit nur dumm rum. Dumm rum. Nein. Kann man nicht? Nee. Dann musst du einmal hier rüberfliegen. Okay. Und kontrollieren, warum das nicht geht. Boah, ich hätte so gerne ein Stuff of Travelling, ne? Ah, ich weiß warum. Warum? Weil ich hier unten ja ein Long Range Kreuzung-Viadoc gemacht habe. Oh. Und ich glaube, wenn mein Gefühl mich nicht täuscht, hier. Das hättest du sogar von hier aus kontrollieren können. Achso, ja, aber gut, so hab ich dir geholfen, ne? Dann hatte ich was zu tun. Ja, genau. Ne, guck mal. Ne, ist connected. Ist gut. Geht? Jetzt? Ne. Warum nicht? Geht nicht. Kann man gar nichts mehr machen? Also ich kann von hier aus nicht nach Hause. Das heißt, du kannst von zu Hause auch nicht zum Meme-System. Stimmt. Du hast zwischendrin bestimmt wieder irgendwas vergessen oder so. Nein. Okay. Arbeit für dich. Kontrollier das mal bitte. Ich hab grad mit Shift... Oh nein. Weißt du eigentlich, wie Weimanner funktioniert? Warum hast du alle abgebaut? Ne, warte, weißt du, wie Weimanner funktioniert? Ja. Ja? Okay. Ne, weißt du wirklich nicht. Aber hat der alle abgebaut? Äh, nee, das Problem ist, das hab ich nämlich letztens mit den Zeugen gehabt. Weimanner baut nicht, wenn Sachen connected sind, alles ab, sondern der baut um dich rum in einem gewissen Radius alles ab. Und... Das war so alles glabig gecheckt. Das war ja so ein... Warum wartet er das hier nicht dahin? Boah, muss ich jetzt wieder alle kontrollieren, oder? Warte mal, hier ist Long Range. Total eine dumme Folge, gerade. Ja. Also für mich auch, weil ich irgendwie alles kaputt gebaut hab. Hab ich immer von nix gemacht in der Folge. Und hier ist einfach nur... Ach, hier waren normale Viadukte. Wir haben ja voll... Also, wir müssen unser Viadukt-System irgendwann mal richtig bauen. So viel steht da fest. Das war richtig. Nee, 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 also richtig cool. Das war richtig cool. Nee, 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 es war. Ja, bist du mit deinem Weinmeiner-Ding? Ich hab Weinmeiner-Ding. Ne, warte mal, ist aber eigentlich alles richtig verbunden. Ja, aber das Problem ist, wenn sich die Dinger hier verbinden, also wir müssen praktisch einen zentralen Punkt haben. Ja. Und von dem müssen Long Range Linking Viadukte überall hingehen. Äh, Long Range Viadukte. Und dann von dort aus wieder ein Linking Viadukt. Also wir können nicht zwischendrin normale haben. If you know what I mean. Vielleicht baut es hier ab. Und dann baue ich die Strecke dann nochmal neu. Ah, warte mal, ich weiß wie. So. Hallo. Ah, warte mal, wir können noch... Ja, können wir. Pass auf. Können wir? Wir können hier eins hinsetzen. Ne, warte mal, was ist das für eins? Long Range Viadukte. Warum ist hier eins dran? Woher kommt das? Äh, ich glaube, ich habe da was gebaut. Woher kommt das? Vom Start? Äh, warte, ich gucke gleich. Okay. Hab ich kein Linking? Ich habe kein Linking mehr. Ich komme wieder zurück. Zurück. Ja, ich habe Linking übrigens. Ja, kannst du mal eins geben? Ja, kein Bock. Warte. Link. Ich habe Capslop an. Capslop. Hallo. Linking? Hi. Linking? Linking? Ja, pass auf hier. Linking Viadukte. Oh, nice. Guck mal, weißt du, was wir uns jetzt praktisch machen? Wir haben ja hier den Start, ne? Das ist ja zur Seite noch unsere Base. Ja. Dann hat man hier in der Ecke einen Long Range Linking Viadukt. Und ab jetzt gehen überall nur noch Long Range Viadukte hin. Bis, bis zu jeder Station. Ja? Ach so, und vor jeder Station machen wir so einen Long Range Viadukt hin. Linking. Ja, meine ich ja. Richtig. Ich hoffe, das klappt. Weil ich habe es noch nie selbst gemacht, aber das scheint logisch. Ich glaube nicht. Und er geht nicht. Guck, 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 guck. Nee, wirklich nicht? Nein. Ich habe doch den Plan gehabt. Guck. Ja? Siehst du was? Oh, da hat er geleckt. Passiert. Wir heben sich alle auf. Oh. Ach so, du meinst, ah. Oh. Pass auf, ich zeig dir mal, wie das geht, Pit. Kurzes Stück, da brauchen wir jetzt ja kein Speed Upgrade. Pass auf. Viadukt. Pass auf, also hier kommt ein Long Range rein. Also, beziehungsweise ein Linking. Dann kommt ein normales Viadukt. Hallo. Dann ist die Ecke schon mal clear. Dann kommt... Da ein Linking. Da ein Linking. Dann ist die Ecke auch clear. Äh, den Weg lassen wir nochmal offen. Ja. Und dann kommen hier normale hin, ne? So, und die gehen dann... Die gehen dann bis zum Start. I see. Hoffentlich klappt das. Könntest du das eine mal hier konfigurieren eben? Ja, warte. Ich mach noch den hier mal ganz kurz. Äh, was konfigurieren? Den da? Äh, das Home-Dicken, ja. Los. Nice. Äh, oh, wir kommen schon zu dem E-System. Ja, sollte jetzt gehen. Warte, ich probier mal aus. Boah, 120, alter. Brrrrtt. Boom. Warte mal, da müsste der hier auch gleich funktionieren. Warte. Ich weiß nicht, ob ich die schon komplett gesetzt hab. Ja, geht. Oh, wir sehen ganz viele Gegner. Nein. Ah, wir wollen noch Linking. Warte, ich bau das mal nochmal ganz kurz zu Ende. Jo, aber jetzt haben wir zumindest verstanden, wie es funktioniert. Ähm, beziehungsweise. Du. Haben wir, glaube ich, schon vorher neu. Wir mussten uns das nochmal visualisieren. Warte, mit dem E-System hast du dann aber auch nochmal praktisch ein Linking und dann normales, ne, zum Ankommen. Ja, genau. Und dann wieder ein Linking, um wieder wegzukommen. Okay. Hä? Warum verbinden die sich denn jetzt nicht? Ist das ein Anzeigehörig? Was machst du da? Ne, warte mal, hier verbinden die sich gerade nicht. Wo? Oder ich hab da zwischendrin irgendwie wieder ein anderes gesetzt. Der kann das einfach nicht. Ich wusste doch, dass der dumm ist. Abend zumindest. Und so, warte mal. Warte mal, das hier passt noch alles. Und jetzt bau ich hier nach oben. Das ist alles richtig. Warte. Ne, hier verbinden die sich aber mal nicht mehr. Oh. Warum nicht? Zwei Maler benutzt? Ja, gerade schon. Warte, guck mal. Hier verbinden die sich überall. Ja, stimmt. Guck mal, sobald man jetzt nach oben kommt, dass wenn man hier welche draufsetzt, die verbinden sie nicht mehr. Ah, ja, klar. Warum? Weil du mit Long Range keine Kurve hinbekommst. Mach hier Linking hin. Ach so, das geht nicht? Ne, weil du zu krass bist. Dann würde es der Quetsch werden. Ah, das heißt, hier kommt es dann komplett ein normaler nach oben. Genau. Erstmal eingesperrt. Nein. Hilfe. Also hier dauert halt Aufladen eindeutig länger als der Weg. Warte, ist hier Kabelstorn. Jawohl. Draußen. Biadukte. Also da gehen es dann normale hoch, ne? Ja, genau. I see. Also Hölle müsste es auch gehen. Ja, die müssen wir noch konfigurieren. Hölle. Spring einmal, spring mal, spring mal, spring mal, spring mal, oder so. Weil ich die ganze Zeit spring mal sagen, bis du weg bist. Genau. Spring mal, spring mal, spring mal, spring mal. Und? Da fahren wir davon. Okay, also Long Range Vedukte gehen nur gerade. Das ist gut to know. Ach, cool. Okay. Nice, Peter, das ist ein Genie. Wenn ihr wissen... Nein, warte, warte, wir machen das anders. Wenn ihr mehr von dem Genie sehen wollt, wie zum Beispiel in der nächsten Folge Minecraft Zone, dann müsst ihr morgen mal in Peter gucken. verlinkt am Ende des Videos, in der Videobeschreibung, mit dem Planis, mit seinem Kanal und ganz vielen anderen Sachen. Okay, wenn es euch gefallen hat, lassen wir uns das Video nach. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.